Okay, 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 okay. Das ist nice. Ihr habt gesagt, kleine Streamerin. Genergy, hey, hey, how are you? Kennst du mich nicht? Oh shit, it's happening. Was denn? Was passiert jetzt? Bin gerade erst rein, worum geht's? Okay, jetzt gerade war das Thema, äh, wir sind gerade irgendwie auf Bücher gekommen, weil hier jetzt jemand reingekommen ist, der ein Lit-RPG-Abenteuer schreibt. Worüber redet sie? Was geht? Ich würde gerne in einer Stunde einen Song für dich schreiben mit 5, 6 Wörtern über dich und random aus deinem Leben. Ja, echt jetzt? Kannst du sowas? No shit? Okay, gerne. Was soll ich machen? Nice! Ein Real Song, der drei Minuten lang geht? Chat. Oder meinst du einfach nur so ein paar, so ein bisschen? Wir haben ein besonderes Exemplar, sie kennt uns nicht. 5 bis 6 Wörter. Ein kompletten Song. Okay, und ich soll dir 5 bis 6 Wörter geben. Willst du die jetzt? Oder random aus deinem Leben. 5 bis 6 Wörter. Oh, sollen das schwierige Wörter sein? Ist das eine Challenge? Okay, Ginger vielleicht. Ginger? Ginger. Ginger? Warte, ich hör mal auf. Ginger. Tänzerin. Nein, Dancer. Ginger, Dancer. Oh nein, ich darf dir nicht helfen. Okay. Sollen das deutsche Wörter sein oder Englisch? Okay. Ähm, mach mal aufgedreht und nimm was Schwieriges. Oha, Jani, sympathisch. Dankeschön. Er hat mich an einen Tag erwischt, wo ich echt nie bin. Ein, zwei Dinge, die du mit auf eine einsammel... Oh, okay, danke für die Fragen. Das hilft. Damit ihr ein bisschen Spaß habt, würde ich sagen, meine PlayStation. Mach mal PlayStation. Und, was nehme ich noch mit? Eigentlich Hydration, ne? Irgendwie so ein Getränk vielleicht. Oh, ich liebe alles mit Zitrone. Äh, sowas wie Citrus. Äh, was gibt's da? Limettensaft. Lass mal eine Limettenschorle nehmen. Mein Vater ist Alkoholiker und ich war das schwarze Schaf, weil ich... Die war in einer Familie, die sich nicht kontrollieren lassen haben sollte. Er ist voller Narzisst und Alkoholiker ist halt eine schwierige Kombination. Da hab ich gestruggelt. Das war ein Struggle in my life, aber ich bin, sag ich mal, daraus gewachsen und ich hab diesen Teufelskreis. Das Teufelskreis ist auch ein sehr gutes Wort. Sag ich mal, durchbrochen. Ich finde, Leute, die viel gestruggelt haben, sehen das Leben ein bisschen anders. Die Leute, die alles haben von Anfang an. Viel Selbstliebe und einfach Happiness. Wirklich, oh, ich hab da so einen Spruch, ne? Okay. You healed your wounds instead of spreading the pain. Und this is strange. Ich hab diesen Pain aber jetzt sowas Gutem umgewandelt. Danergy. Okay, ich weiß Bescheid, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Stunde. Okay, krass. Der ist lecker schmecker. Lecker schmecker, klein und rund und schnell in den Nurgussmund. Chris, vielleicht war dein Life nicht perfekt, aber dafür ist es jetzt. Es wird ein fucking Banger, Bro. Vielleicht war nicht dein Life perfekt, aber dafür ist es jetzt. Sei stolz, da du den Teufelskreis durchbrochen hast. Sei stolz, da du den Teufelskreis durchbrochen hast. Und deshalb tanzt mit ihm die ganze Nacht lang. Fool, Gänsehaut. Du bist der Gem im Herz, obwohl es damals dunkel war. Vater, Narzisst und Alkoholika. W ist in den Chat, Mann, wow. Vielleicht war nicht dein Life perfekt, aber dafür ist es jetzt. Weil daran so viel Liebe steckt. Zu dein Mann und zu ihr selbst. Du bist der Gem im Herz, obwohl es damals dunkel war. Hallo. Sorry für die Verspätung. Alles gar easy. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich jetzt einstellen soll. Jetzt bin ich aufgeregt. Warte, Herzrate 95. Okay. Los geht's. Chris, der ist für dich. Vielleicht war nicht dein Life perfekt, aber dafür ist es jetzt. Weil daran so viel Liebe steckt. Zu dein Mann und zu ihr selbst. Du bist der Gem im Herz, obwohl es damals dunkel war. Vater, Narzisst und Alkoholika. Sei stolz, da du den Teufelskreis durchbrochen hast. Und deshalb tanzt mit ihm die ganze Nacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hass wird zu Hass, doch du machst daraus Liebe. Denn Licht wird den Schatten besiegen. Dank deiner Mann hast du die Krise besiegen. Also breit die Arme aus und fliege. Täglicher Struggle, was ist life. Jeder Nacht der Suche nach dem One Piece. Und jeder weiß, um zu heilen braucht man Zeit. Schmerz vergeht, auch eine Nabel bleibt. Du brauchst zum Überleben nur ne Plaisy. Ohne Limettenscholle crazy. Ja. Schwingen die Hüfte wie mein Mistmütter. Ich bin schon sehr stark. Ja. Und deshalb bist du mit ihm verbunden. Und da schon über 10 Dach. Ginger here, Ginger dar. Ich sehe überall ein rotes Haar. Was für Gin & Tonic. Ich mag Ginger warm. Komm, wir trinken Ginger Ale an der Bar. Ey. Ich kann den ganzen Tag. Ich kann den ganzen Tag. Ich kann den ganzen Tag. Ja! Ja! Pure Freiheit. Ich seid wie MJ und Peter Parker. Hass wird zu Hass, doch du machst daraus Liebe. Denn Licht wird den Schatten besiegen. Denn deine Mann hast du die Krise besiegen. Also breit die Arme aus zu fliegen. Ja, ja, tanze kann. Baby, na, 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 na. Tanze kann. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. No, ich will es nochmal hören, kann ich, oh wow, yes, yes, ich war einfach nur sprachlos, es kam nichts raus, es kam, wow, sie hat gerade so Mund geöffnet, es kam nichts raus, Alter, ey, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich war heute so fertig und auf einmal kriege ich da so einen heftigen Sack, ich bin gerade voll Hype, ey Leute, das ist eine fette 10 von 10, das ist wow, 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 also mein Puls ist ergeblich bei 92, laut meiner Watch, ihr seid einfach so ein krankes Paar, thank you, love to you, danke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und sowas krasses geschrieben hast, wow, hey, Alter, was, die Texte mir kommt, wie crazy, was, die haben alle daran geschrieben, er hat mir Fragen gestellt, ich habe ein bisschen was von mir erzählt und dann hat er gesagt, okay, ich komme in einer Stunde wieder, in einer Stunde das klang, als ob der unseren ganzen Podcast zu sich gehört hat, ich lebe ihn einfach, er schenkt nichts, was hier abgeht, Chat, Peak, okay, Peak, ja, unser Mod, ja, er hat mir gesagt, ich habe, Bruder, vertrau mir, ich habe beste Tastatur gekauft, die es gibt, kauf auch, hier link, Bruder, kauf, vertrau mir, 300 Euro, Bruder, ich sag so, und ist die wirklich gut? Bruder, hör auf zu reden, Bruder, bestell, Bruder, direkt, ne? Was habe ich gemacht, ich habe gekauft? Tastatur geht einfach manchmal aus und wieder an, hängt manchmal, manchmal in einem Spiel laufe ich so nach links, einfach 300 Meter, kann nichts drücken, Digga, die läuft aber nach links selbst. Bruder, 300 Euro, du kannst automatisch laufen, du brauchst nicht mal drücken, er läuft selber. Chris, der ist für dich, vielleicht war nicht dein Life perfekt, aber dafür ist es jetzt, oh, weil daran so viel Liebe steckt, zu deinem Mann und zu ihr selbst. Du bist ein Jam im Herz, obwohl es damals dunkel war, Vater, Narzisst und Alkoholiker, sei stolz, da du den Teufelskreis durchbrochen hast und deshalb tanzt mit ihm die ganze Lala. Bruder, pure Freiheit, ich sei wie MJ und Peter Pater, Hass führt zu Hass, doch du machst daraus Liebe, denn Licht wird den Schatten besiegen, dank deiner Mann hast du die Krise besiegen, also breit die Arme aus zu fliegen. Täglicher Struggle, was ist live, jede Nacht der Suche nach dem One Piece und jeder weiß, um zu heilen, braucht man Zeit, Schmerz vergeht, auch eine Nabel bleibt. Du brauchst zum Überleben nur ne Brazy, ohne Limetten Scholle crazy, ja, schwingen die Hüfte wie beim ersten Tag, lass uns dancen, nur ein letztes Mal. Und vielleicht bist du müde, aber du hast die Wahl, gehst du ein oder bleibst du stark? Euer Mindset passt und deshalb bist du mit ihm verbunden und da schon über 10 Jahren. Ginger hier, Ginger da, ich seh überall rotes Haar, was für Gin, Tonic, ich mag Ginger warm, komm wir trinken Ginger Ale an der Bar. Und du tanzt mit ihm die ganze Nacht lang, pure Freiheit, ich seh wie MJ und Peter Parker. Hass führt zu Hass, doch du machst daraus Liebe, denn Licht wird den Schatten besiegen, dank deiner Mann hast du die Krise besiegen, also breit die Arme aus zu fliegen. Ja, 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 ja Vielen Dank.